Einbruchschutz löst Feuerwehreinsatz aus. Die Bocholter Feuerwehr rückte am frühen Sonntagmorgen zu dieser Tankstelle. Hier fanden die Einsatzkräfte einen in dichten Rauch verhüllten Verkaufsraum vor. Der Grund für die starke Rauchentwicklung war jedoch kein Feuer, sondern ein spezielles Alarmsystem, das mit Rauch Einbrecher verscheuchen soll, gleichzeitig aber auch einen Brandalarm auslöste. Ob tatsächlich Einbrecher versucht hatten, in die Tankstelle einzudringen, ist bislang allerdings unklar. Für die Bocholter Einsatzkräfte jedenfalls war der Alarm mit einem solchen Einbruchschutz eine neue Erfahrung.